Fragt der Papst den Herrgott, wann wird in der katholischen Kirche der Zölibat abgeschafft? Sagt der Herrgott, solange du lebst, sicher nicht. Fragt der Papst, wann gibt es in der Kirche weibliche Priester? Antwortet Gott, solange du lebst, sicher nicht. Fragt der Papst, wann gibt es den nächsten polnischen Papst? Da sprach Gott, solange ich lebe, sicher nie mehr.